kein mensch kein mensch auf der welt hat so ein leid verdient also hört mir zu macht euch mal nen kopf ja leute links leute rechts sie laufen hin und her kein plan vom geschehen doch wollen immer mehr andere menschen sind gekommen übers meer auf der suche nach mehr sagt mir ist das fair kein mensch auf der welt hat so ein leid verdient leute töten ohne da zu sein und sind trotzdem so beliebt was geht ab verkehrte welt alles bruder dreht sich nur ums geld nur ums geld ich kann's nicht mehr sehen bin außer rand und bank leute wacht mal auf und macht die augen auf verdammt hab tagelang ja jahrelang damit verbracht loyalität und frieden den menschen überbracht doch einzig und allein jeder ist seines geschmied aber nur gott ist es der einen immer wieder verzieht also zieh los zieh in dein eigenen kind bekämpft den inneren schweinehund bruder und sie alle jetzt zusammen ja wir können es schaffen kein dummes rumgelaber wir müssen einfach machen macht den fernseher aus leg die zeitung aus der hand kommt legendisch los sonst ist die erde bald verbrannt alle jetzt zusammen ja wir können es schaffen kein dummes rumgelaber wir müssen einfach machen macht den fernseher aus leg die zeitung aus der hand kommt legendisch los sonst ist die erde bald verbrannt ein wir ist immer besser als er nicht denn wir kommen weit um das sich zerbricht und bricht dir dein genick trau ich mit anzusehen was aus uns geworden ist leute kommen nicht mehr raus bis die welt verdorben ist ich frag mich da wirklich wo ist die gerechtigkeit immer mehr menschen verlassen uns durch die zeit glaubt mir irgendwann geht alles vorbei selbst die zeit fliegt vorbei doch erinnerung bleibt leute macht die augen auf stellt euch mit ihnen gleich geld zählt ihr nicht bei uns sind alle menschen gleich das ist kein zeitvertreib nein das ist mein trieb denn er treibt mich durch die zeit also landen hier und also landen da ihr labert über sie den decken doch haben gar keinen plan was sie durchmachen müssen sitzen wochen lang auf schiffen mir wird alles genommen selbstacht und seele und was sie prägt ist ihr gewissen wie ist das möglich wo ist die gerechtigkeit jede persönlichkeit stellt sich gleich warum gibt es leute die sind am und reich ich versteh es nicht tut mir leid tut mir leid so Untertitelung des ZDF, 2020